Mit diesem fantastischen Wasserwooker aus der Lego Ninjago Movie kannst du so tun, als würdest du über das Wasser laufen und wenn da hinauf klettern. Der Wasserwooker verfügt über ein um 360 Grad drehbares Minifiguren-Cockpit, einen 6-schüssigen Schnellshooter sowie 4 bewegliche Beine und Füße, um den Mac coole Actionposen einnehmen zu lassen. Das Set enthält auch 4 Minifiguren mit passender Ausrüstung, damit sich die Ninja und die Heim und Steh ein spannendes Kräftemessen liefern können. Der Wasserwooker verfügt über ein um 360 Grad drehbares und aufklappbares Minifiguren-Cockpit, einen 6-schüssigen Schnellshooter, 4 bewegliche Beine mit Schwebefüßen und 3 durchsichtig blaue Flaggen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017